Nicht mehr lange, Ende März, 27. März, startet die Internet World in München. Ist das nur so eine Nerd-Veranstaltung? Welche Rolle spielt das Social Media? Können wir noch was drüber hören? Ja, also es ist so, es ist natürlich eine Messe, die relativ innovative Produkte zeigt. Aber was Schönes ist, es ist eigentlich die erste Messe, die auch selber innovativ ist. Das heißt also, Social Media spielt eine Rolle. Zwar sind E-Commerce der Hauptanker der Messe, aber wir haben eine Social Media Kampagne entwickelt für die Messegesellschaft, die eben auch Vordenker sind in dem eigenen Bereich. Ja, das Interesse war, Social Media nicht nur zu nutzen, sondern irgendwie sinnvoll für die ganze Messe Abwicklung zu machen. Und so haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich die Aussteller viel mehr einbinden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ein Aussteller, der interessiert ist, seine Kunden natürlich zur Messe zu bewegen, lädt die schon ein. Aber das geht eigentlich relativ mechanisch vor. Das sind halt typische Mail-Shots und das ist es dann. So, und was wir gemacht haben, ist, wir haben praktisch ein Programm entwickelt, wo die Aussteller auch über Social Media, also über die Facebook und über Sing und LinkedIn und Twitter und so weiter, ihre Kunden und Kontakte einladen und nicht nur die Company als Legal Entity sozusagen, sondern die einzelnen Mitarbeiter, Vertrieb und Marketing und so weiter. Und was wir tun, ist, wir bewerten eigentlich diejenigen, die am meisten Leute eingeladen haben. So, dass da ein bisschen ein Wettbewerb auch entsteht. Und das hat sich eigentlich schon ganz gut angelassen. Es sind jetzt so 28 Leute, die da in diesem Wettbewerb sozusagen um die Nummer 1 ringen. Und das Ganze wird jetzt natürlich sehr Social. Das heißt also, der Eingeladene, der sieht dann, von wem er eingeladen worden ist. Und diejenigen, die um den ersten Platz kämpfen, haben auch einen Grund dazu. Die Messe gibt einen Messestand aus, kostenlos für das nächste Jahr. Das ist natürlich super lukrativ. Die Social Media Academy spendiert eine Strategistenklasse für die Nummer 1, sodass da so durchaus ein Motiv besteht, sich wirklich anzustrengen. Und somit wird eigentlich dieser ganze Messeauftritt jetzt natürlich auch im Social Web präsent gemacht und aktiv. Das klingt echt überzeugend. Wie funktioniert das? Kann man da noch mitmachen? Kriegt man einen Code irgendwo? Ja, genau. Also man bekommt praktisch als Aussteller einen Code, denn der wird bei der Messegesellschaft oder kann auch bei uns angefragt werden. Und mit diesem Code laden die Leute dann ihre Kunden und Kontakte ein. Und wir erkennen das, von wem das kommt. Was schön ist, ist auch, dass wenn jetzt also jemand sagt, Mensch, das ist toll, ich habe ja auch Freunde, bin zwar kein Aussteller, aber ich bin jetzt ein Freund der Firma oder sowas, dann haben wir das Konzept des Ambassadors. Das heißt also, jeder kann eigentlich mitmachen. Und letztendlich kann jeder diesen Gewinn auch bekommen. Wenn also jemand jetzt sagt, super, dann mache ich doch gleich mit. Ich habe eine Menge Kontakte. Und oftmals haben Vertriebsleute mehr Kontakte wie eine ganze Firma. Dann können die heute noch mitmachen und registrieren sich als Ambassador. Und das ist einfach auf der Messeseite, ist das präsent oder auf Cine. Und können praktisch registrieren und ihre Leute einladen. Coole Idee. Klasse. Ja. Prima, dann sehen wir uns auf der Messe. Wir sehen uns auf der Messe. Okay. Okay. Let's check in. I read the story. You confirm that? Thank you. All right, thanks.